Am Donnerstagabend ist in Ofen das Friedrich-Hemden-Dorf-Gemeinschaftshaus eingeweiht worden. Vor geladenen Gästen übergab Arno Schilling, der Bürgermeister der Gemeinde Bad Zwischenahn, den symbolischen Schlüssel an Arlert Mayer, Vorsitzender des Ortsbürgervereins. Der Verein betreibt künftig die Begegnungsstätte. Bei dem Festakt gab es neben Reden ein buntes Programm mit viel Musik und Dönches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017